Entschuldigung, der Platz ist besetzt. Kann sein. Kann auch sein, dass wir uns kennen, oder? Woher? Jetzt bin ich enttäuscht. Sind Sie bitte so freundlich und sagen mir, was Sie wollen? Max Jaschek. Frankfurt 99? Juli 990. Nee. Der Pannendienst kommt in einer halben Stunde. Wenn das so weitergeht, kommen wir gerade noch rechtzeitig zum Ringetauschen. Du wärst doch gerade recht, wenn wir noch die ganze Hochzeit verpassen würden. Warum bist du so giftig? Meinst du, ich weiß nicht, warum du die ganze Zeit diese Musik hörst und von Trinidad schwärmst, als wär's das Paradies auf Erden?